Herzlich Willkommen zurück, wir wollen noch den letzten Secret Boss erlegen. Ich hoffe, das geht relativ schnell jetzt, denn über Helden habe ich das dann abgeschlossen. Das sieht schon ganz schön fett aus, ey. So, die ersten beiden Phasen, das ist ja locker. Jetzt bitte dich, so, so und dann mal so. Du reinkommst mir nicht. Oh, nein, nein, komm wieder her. Hm, schauen wir mal, wie wir den machen. Da unten kam auf jeden Fall einer. Oh! Lol. Lol. Oh! 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 Oh, okay, sehen wir jetzt nochmal die Crates oder was? Ja, warum nicht? Cool, dann hätten wir das auch gleich nochmal geschafft. Ey, voll krass. Ich dachte, ich gehe mal ein bisschen auf den Diva und mache diese kleinen Viecher weg und beim Zurückziehen habe ich ein so kleines Vieh plus das Auge getroffen, ja. Wie krank ist das denn? Dann schauen wir uns gerne, gerne nochmal die Crates an. Ich glaube jetzt ist es wirklich vorbei. Cool, ich weiß nicht, falls es noch irgendwelche Bonusbosse geben sollte, habe ich sie leider nicht gefunden. Zumindest haben wir alle Punkte auf dem Boden fertig. Man hat ja gesehen, dass man hätte auch mit einem weniger anscheinend dorthin gehen können. Aber es gab ja noch diesen Gratis-Titan. Keine Ahnung. Hier nochmal, Mom and Dad. Vielen Dank. Ja, ich könnte ja nochmal bei YouTube dann gucken, ob es irgendwelche Secret-Bosse gibt. Den Hard-Mode werde ich mir nicht geben, weil das Spiel, wie es war, hat mir gefallen. Reicht mir auch. Also, und ohne Dodgen und alles, wenn ich auch quatschen. Schauen wir mal, ob es jetzt nochmal irgendwas gibt. Aber bezweifle ich wohl eher. Ah, mit übersetzten Text. Oh, und die Gold-Trophäe. Zack. Geil. So, und weiter. Und da sind wir wieder am Anfang. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Mir hat es wirklich viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Projekt. Ich weiß noch nicht, was sein wird. Ich werde mir irgendwas raussuchen. Bis dann und tschau, tschau.